Das Formel-1-Rennen wird bei diesen beiden zur Nebensache. Lange wurde spekuliert, Anfang des Jahres 2021 machten es Dominik Thiem, 27, und Lili Paul Roncalli, 23, dann offiziell, der Tennisstar und die Zirkusathletin sind ein Paar. Bis auf das süße Kapple-Foto zu Neujahr macht sich das sportliche Paar aber rar in den sozialen Netzwerken. Einblicke in den Beziehungsalltag, Fehlernzeige. Jetzt endlich zeigen sich Lili und Dominik aber auch mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Beim großen Preis von Österreich turteln die beiden ganz verliebt neben der Formel-1-Rennstrecke. Diese verliebten Blicke sagen mehr als viele Worte. Eigentlich sollte Dominik aktuell in Wimbledon sein, doch wegen einer Verletzung am Handgelenk muss der Tennisspieler eine fünfwöchige Pause einlegen. Und wie könnte man diese besser verbringen, als mit seiner Liebsten? Dominik und Lili scheinen sich beim Autorennen jedenfalls köstlich zu amüsieren. Ein breites Grinsen hier, ein Aneinanderrücken da, die beiden machen kein Geheimnis mehr daraus, wie verknallt sie sind. Und wir hoffen, dass uns dieser niedliche Anblick von nun an auch öfter gegönnt wird.